Wir sehen natürlich, dass der deutsche Meister morgen kommt in unser Stadion. Der berechtigte deutsche Meister, der auch noch gute Chancen hat in der Champions League zu gewinnen. Das ist für uns natürlich ein besonderes Spiel und es würde, glaube ich, sehr gut zu unserer Saison passen, wenn wir zumindest einmal die Bayern schlagen würden. Da haben wir morgen die letzte Gelegenheit. Ich bin davon überzeugt, dass wir morgen eine Top-Leistung brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Aber das wollen wir natürlich auch. Wir wollen unseren letzten beiden Heimspielen und unseren Zuschauern immer noch mal beste Unterhaltung bieten. Wir möchten einfach zeigen, dass wir mit allem, was wir haben, um den dritten Platz kämpfen. Wenn man so wie Bayern extrem erfolgreich ist in den vergangenen Jahren, dann hat das natürlich auch einen Grund in der Kaderzusammenstellung, dass immer jeder Spieler, der im Kader ist, höchstes Niveau verkörpert. Und deshalb wird da morgen trotzdem eine Top-Mannschaft auf dem Platz stehen, egal, wie sich der Trainer entscheiden wird. Und das wird für uns jetzt auch absolut zweitrangig sein. Also wir werden uns darauf konzentrieren, was wir da auf den Platz bringen. Und wir wissen, dass wir nicht eine Situation haben, jetzt einfach nur bessere Chancen zu haben, gegen Bayern zu gewinnen, nur weil vielleicht der ein oder andere Spieler verletzt ist. Daran glaube ich nicht. Es ist deshalb so hart für uns, den dritten Platz zu kriegen, weil es eben halt eine außergewöhnliche Leistung ist. Also es ist ein bisschen die drittbeste Mannschaft von 18 in der deutschen Bundesliga. Und dafür muss man ein bisschen was tun und muss sehr lange, sehr konstant auf höchstem Niveau spielen. Und das haben wir jetzt über weite Strecken geschafft. Also wir brauchen noch mal vier Top-Spiele. Auch wenn wir schon acht Top-Spiele jetzt hintereinander hinter uns haben, brauchen wir noch mal vier Top-Spiele, um den dritten Platz zu fixieren.